Hallo und willkommen zu, ja, bla, IpOp, als hättest du das nicht schon oft genug gehört, sodass ich mal wieder ein bisschen Professionalität hier reinbringe. Ja, ich bin nach wie vor hier zu Werke mit meiner geschätzten Kollegin Sinobia, die hier schon mal vorläuft, beziehungsweise vorgeschubst wird. Ja, wir schließen jetzt, oder wir... Schon mal, wie ich hochgucke zu dir, so schubst du. Man sich immer anguckt. Ja, das wäre schön, wenn du das auch so machen würdest, ne, hier. Was? Ja, äh, guck hoch zu deinem König oder so. Ähm, ja. Ne, das heißt, wir versuchen jetzt, dieses Level noch abzuschließen, damit wir auch endlich mal ins Bett können, quasi. Ja. Oh, das war schon mal nett. Ich weiß nicht, ja, ich kann das ja auch. Von daher, ja, wir legen gleich los und wünschen euch immer viel Spaß dabei. Alter, wie du da hinterher guckst, macht mich voll irre. Ja, ich dreh mich um. Ja, danke schön. Siehste? Warte. Ja, ich meinte, wir müssen ja ohnehin beide. Beide, wir müssen beide hier runter. Damit ich dir helfen kann, vorzukommen. Alter, ne, und scheiße. Vielleicht machst du es zuerst, dann kann ich nämlich noch ein bisschen abwarten. Ja? Ja, ist ja gut. Mach's mal alleine erstmal. Dauert ja eh wieder ewig alles. Blah, blah. Ja, guck. Dankeschön. Das war jetzt die Retourkusche. Ja, als wäre es extra gewesen. Hey. Wow. Wow. Alter. Das war Lack. Das war's, Kill. Das war's, Kill. Das ist nur auf dem Gang ist, Alter. Das schaffst du nicht. Nein, soll ich noch versuchen? Nein. Bitte nicht. Ja, super. Das hätte passieren können. Ja. Dann wäre es aber Skill gewesen. Ja. Kommt zusammen gleich. Ja, komm, jetzt bleib's halt mal. Hey. Das ist nicht mehr lustig. Ja, okay. Jetzt ruf es in den Krieg, ey. Um die Uhrzeit. Ja, stimmt schon auch. Quill mich doch nicht. Oh. Was war das denn? Ach, das war die Kugel hinter dem Hauchrad, ey. Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh mein Gott. So. Ah, okay. Okay, warte. Ah. Was guckst du da eigentlich an? Du sollst mich angucken, nicht da oben irgendwas. Nein, ich guck die Kugel an wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich der Tipp, dass alles gut geht. Ach stimmt, das kann sein, siehst du? Ja. Aber wenn ich mich umdrehe, dann... Naja, egal, dann guck ich wahrscheinlich das Ding an, was springt. Ähm, okay. Okay, geh mal ein bisschen weg da hinten. Ich hab Angst, dass ich den... Ja. Okay, gut. Möchtest du? Dann geh ich aber unten lang. Okay, okay. Ich glaub, das ist mir sicherer. Ja, okay. Und möchte ich... Nein, ich möchte genau da lang. Hopp, hopp, hopp. Achso, nee, ich wollte... Ja, nee, ich wollte... Er ist ja auch völlig egal. Sorry. Ja, ist wurscht. Ist wurscht, weil ich... Die Gefahr... Da ist ja eh... Oh. Da fliegt grad eine... Alter, was machst du? Wir haben einen Tink schon wieder verloren. Nein, haben wir nicht. Das ist ja immer noch rum, doch. Nein, das ist ja im Video. Alles alles an. Nein, weißt du, was nämlich mit dem Ding passiert ist? Das ist oben in die Luftblase reingegangen. Und dann wurde das nach oben geschleudert. Echt jetzt? Ernsthaft. Und dann kam es runter und du bist einfach weitergesprungen. Und dann ist es halt da noch rumgeflogen. Ah, ja. Und dann sind wir gestorben. Wegen dir. Weil du es wieder alles nicht kannst hier. Ja, es tut mir leid. Ja. Solltest du auch. So, okay. Jetzt mal wieder ein bisschen ernsthaft hier. So, warte mal. Ja, genau. Geh du schon mal durch? Ja. Gut. So. Yeah. Wir haben in dem Level ja eh schon zwei auch verloren. Ja. So, wie war das? Wer will jetzt wo? Ist es eigentlich egal. Also, das ist nur mehr. Ganz ehrlich. Ey, das war ich nicht. Das war's. Vielleicht nicht unbedingt so. Du hast mich geschoben. Du hast mich geschoben. Die Klappe. Du hast mich geschoben. Oh, God damn it. Seriously. Okay, konnte nur auf jetzt mal hier. Ob das noch so eine gute Idee war, hier nochmal reinzustarten? Schau ich nicht. Oh man. Oh ja, ich muss mich jetzt. Okay, jetzt hier mal. Auf zu reden, konzentrier dich. Okay, ja, ich muss. Vielleicht gibt es auch ein Achievement hier von wegen. Sterbe. 100 Mal. 9000 Mal. 100 Mal. God damn it, Alter. Was haben wir im Zeitpunkt? Mach, mach, du es. Ach nee, ich mach es zuerst. Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Ist das jetzt noch nicht mal normal? 100 Mal. 100 Mal, das hatten wir im ersten Level schon, glaube ich. Kannst du mich jetzt verarschen? Ach, God damn it. Serious? Ja, pass auf, jetzt verkack ich das wieder. Nein. Ja, wahrscheinlich ohne Mist. Okay, jetzt geh du hoch, geh du hoch. Okay. Ja, das sind hier keine Dinger mehr. Ja, ja. Ich muss jetzt da oben hoch und dann kannst du die gleich holen, ja? Ja, ja, ja. Mach den Start da. Hol sie. So. Boah. Oh, Alter. Wahnsinn. Okay, da ist eine Kugel. Was? Was war bis hier schon wieder? Das ist auch schon wieder komisch, ne? Geh mal da weg. Kann ich da... Ja, nicht so. Ah, nee, da komme ich aber gar nicht mehr hoch dann. Hm. Ich weiß schon wieder nicht, was das... Das Spiel Troll-Teil hat echt schon ganz schön doll. Du kommst ja da trotzdem nicht mehr hoch. Ups. Punktlandung. Außer du möchtest gerne nochmal ein bisschen Momentum aufbauen. Nee, warte mal, mir ist das gar nicht aufgefallen. Siehst du das Hochsteigen hier? Das sind... Was sind das? Das habe ich schon öfter gesehen. Achso, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir öfter schon. Das irritiert mich auch, indem ich immer... Ja, da ist sicher auch irgendwo noch was. Ja, die Frage ist nur so... Warte mal, bleib mal hier stehen. Ja. Ach nee, da wird das Momentum ja trotzdem nicht... Ach komm, geh weiter. Ja. Nein, ich weiß es nicht, aber es ist sehr komisch, ne? Vielleicht auch nicht. Du wolltest es gerade auf deinem Kopf kaputt machen. Ja, ich habe es gesehen. Oh, haben wir gleich Disco-Time hier, oder? Hier ist auch schon wieder so viel. Was ist denn hier? Also manchmal werde ich... Ich weiß immer nicht, ob hier doch irgendwo was ist. Ja, es sieht sehr verdächtig immer aus, ne? Warte mal. Ich will nochmal... Bleib nochmal hier stehen, bitte ganz kurz. Achso, ja. Warte mal. So, spring mal. Nee, okay, ich dachte vielleicht, da oben liegen noch was drin oder so. Aber... Na gut, wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir hier nicht mal... Ach du Scheiße. Was, wieso? Ja, guck dir mal, wie viele, äh... Oh Gott, jetzt sehe ich sie. Ich dachte wieder erst... Oh nein. Ich dachte erst... Oh, da geht es noch weiter. Oh mein Gott, da geht es noch weiter. Versuch das mal. Da geht es noch weiter, Alter. Oder hast du es gerade schon gesehen? Ja, das sieht man ja auch, ja. Boah, Alter! Äh, ja, toll. Und jetzt bin ich halt... Müssen wir das beide vielleicht gleichzeitig machen? Einer von rechts, einer von links? Weil jetzt weiß ich ja gar nicht... Warte mal, ich versuche das mal mit dem Punkt zu machen. Ich kann nicht mehr springen hier. Achso. Ich kann gar nicht springen. Na gut, warte mal kurz. Wieso platzt mir jetzt die Blase nicht hier, oder? Ich verstehe es auch manchmal hier nicht so. Ja, der eine muss von rechts, der andere von links. Anders geht es nicht. Ja, das ist gleichzeitig oder was? Ja, wir müssen zusammen in der großen Kugel ankommen. Boah, okay. Ja, weil anders geht es nicht, weil sonst... Achso, ja klar. Wie gesagt, ich kann es dir mal zeigen, wenn ich es jetzt mal alleine versuche. Ich kriege es wahrscheinlich gar nicht hin. Das muss man von der anderen Seite. Vielleicht kriege ich es da besser hin. Hey. Ja, da kriege ich es besser hin. So, jetzt versuch... Boah! Versuch mal jetzt hoch zu springen. Ah ja, ja, ja. Nix. Ach du Scheiße. Okay, ich gehe von hier. Ich hoffe, das geht überhaupt gleichzeitig. Vielleicht muss auch einer früher da losspringen. Das kann auch sein. Ich würde sagen, wir versuchen es mal einfach. Auf drei, wa? Eins, zwei, drei. Oh, ich bin, glaube ich, zu früh. Ja. Ja, okay. Tschüss. Ich muss, glaube ich, auch früher los. Du bist schneller oben. Weil ich habe mehr Blasen. Ja gut, darauf achte ich halt nicht, ne? Mhm. Was, das heißt, du musst früher los, so wie? Ja. Okay, dann springst du über drei. Äh, zwei. Zwei. Eins, zwei, drei. So, jetzt bin ich ein bisschen später. Ja, sorry. Du hast noch mehr Blasen, oder was? Nein, ich bin... Oder hast du jetzt einfach verfehlt? Ich habe verfehlt. Verfehlt, okay. Ja. Okay. Das ist echt schwer. Echt hardcore. Okay. Eins, zwei, drei. Scheiße. Ah, shit. Okay, du, aber auch schon. Es war knapp. Es war knapp. Ja. Ja, weil die Blasen schon hinüber war. Ja. Okay. Okay. Eins, zwei. Scheiße. Wow. Hm. Ja, das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das müssen wir... Das kriegen wir hin. Okay. 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 Eins, zwei. Zwei. Ja. Ja. Okay. Äh. Äh, und jetzt? Ja, hier. Oh Gott, müssen wir das auch noch im Moment schon machen und dann noch hier rein? Nee, 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 du kannst ja auf mich drauf jetzt. Ach so. Und dann... Ja, und dann die Blase. Ja. Oh Gott, wenn wir jetzt sterben, wo werden wir denn hingesetzt? Ja, dreimal darfst du raten. Ja, ich kann's mir vorstellen. Okay. Soll ich das lieber machen? Nee. Nee, 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 übernimm du die Verantwortung, Pascho. Okay. 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 Ja, ja, alles. Ja, ja, alles. Okay. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gut. Okay. Ja. Ja, jetzt haben wir bestimmt das Go, oder? Ich bleib mal unten. Das wäre ein sehr kurzer Part. Wieso? Wie lange haben wir jetzt auch genug? Ach, tatsächlich. Guck mal. Und kein... Kein... Was? Guck mal, sieben Punkte. Ja, dann stimmt aber unsere Theorie wieder nicht, ne? Irgendwas stimmt nicht. Also wir hatten... Gut, vielleicht, du hast ja gemeint, ich hätte alle eingesammelt. Aber wohin? Zwei haben uns ja auf jeden Fall... Das hast du ja sogar gesehen, glaube ich, dass uns da am Anfang mal welche da gefehlt hatten. Weil das sind wir ja dann gestorben. Aber wieso? Ja, es kann aber auch sein... Guck mal. Die Gegner sind ja auch unterschiedlich groß. Es kann sein, dass zum Beispiel von der Großen gerade eben, dass so ein Ding 10 Punkte zählt und die Kleinen vielleicht wirklich nur einen Punkt einzeln hat. Weißt du? Das könnte sein. Also von den kleinen Spinnen... Spinnen, keine Ahnung, was das sind. Igel. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Dass die halt nur einen Punkt geben und die Großen halt 10 pro Stück. Das könnte natürlich auch sein. Aber guck mal, 273 von 280 ist ja jetzt nicht so schlecht. Oder es würde doch wieder bedeuten, dass wenn du ein so ein Ding kaputt machst, dass das eins... Nee, das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Ach, nee, das ist das. Nee, das muss schon so sein, ja. Ja. Aber krass, das ist echt fast gut. Oh Mann, schade. Ja. Wobei, haben wir... Wie lange bist du jetzt der Part? Müssen wir jetzt noch weitermachen? Haben wir überhaupt... Ja, ganz ehrlich, dann lassen wir halt mal so ein... Ich meine, wir sind jetzt über 10 Minuten. Das heißt, kann man schon mal rauswerfen. Ganz ehrlich. Du kannst auch gleich weiterlaufen. Mich stört das nicht. Hat ja jetzt doch noch ganz gut geklappt. Ach so, ja, dann komm, laufen wir gleich noch mal ein bisschen weiter. Weil ich dachte, das wäre vielleicht schon mal... Ansonsten können wir am nächsten Part noch mal nachspielen. Wir müssen jetzt nicht ewig weit spielen und... Ja, okay. Du bist auch schön hier. Ja, habt ihr Glück gehabt, liebe Leute. Dann geht's noch ein bisschen weiter, ja. Oder Pech hier. Ja, genau. Da unten fliegt eins lang. Genau, sag ich. Alles kommt zu dir. Oh, wow. Ja, warte, lass mich kurz mal... Ja. Ah, die Wucke ist einfach wahnsinnig in dem Spiel. Echt schön. Also es ist gewaltig. Kann man da rüber? Nee. Ach so, das macht aber eigentlich irgendwo Sinn. So weit, ich probiere. Garten hier, komm. Ach ja, stimmt. Das ist das Problem. Okay, bist du startklar? Ja, ja. Gut. Boah, und auch der Hintergrund. Das ist alles so anders. Ja, ja, Wahnsinn. Ich hab wieder Angst, dass da irgendwas kommt. Komm mal hier ganz kurz runter. Bitte. Okay. Dann würde da eh nicht hinkommen, aber... Warte, warte, warte. Nein, 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 nein. Ach so, ach so. Spring mal. Nein, okay. Nee. Ich werd hier einfach echt... Wow. Ach, platzt die jetzt von alleine, oder was? Oh nein, die steigt hoch. Na super, das wird ja jetzt was. Oh, das wird super, ja. Warte mal, ich muss jetzt erstmal hier hochkommen. Ja. Okay, mach die Startklar. Nee, oder? Ach, du willst mich doch verarschen. Boah. Können wir das nochmal ganz kurz starten, bitte, das Level? Bitte? Ja, können wir. Natürlich. Dankeschön. Natürlich. Ja, das war wirklich ein bisschen... Das war jetzt... Scheiße. Anlag. Ja, oder so. So, hier, ne? Ja, genau. So. Nee, das würde ich jetzt auch gerne nochmal... Ja, das war jetzt echt ein bisschen... Ach, das war ein bisschen schade. Das wären ja dann 20 Punkte, die uns fehlen, oder? Ja. Äh, ähm, kannst du, bitte? Ja. Danke. Das ist echt scheiße, wenn die da durch nämlich fliegen. Ja, das stimmt. Wie gesagt, die reagieren nämlich auch auf die Luftblasen. Das hab ich vorhin gesehen. Weil das eine echt nach oben geschleudert wurden. Achso, kriegst du... Möchtest du... Ach nee, Quatsch, das haben wir doch anders... Hier, das hast du ja anders gemacht. Ja, man kann auch einfach überspringen. Ja, das mach ich jetzt. Ja. So. Okay. Äh, ja. Warte. Hier. So. Okay. Und jetzt, äh, warte mal, jetzt muss ich... Nee. Ähm. Oder? Du musst... Runter, ich muss dir helfen, ne? Ja, genau. Okay. So. Dann wieder raus. Ja. So, jetzt aber. Ja, okay. Okay. So, Alter, und jetzt müssen wir... Alter, die Mucke. Voll cool. Ja, wir müssen erst mal... Stimmt, die Mucke ist jetzt so ein bisschen bedroh... Äh, was ist das bedrohig? Halt, 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 ich seh was. Halt, 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 halt. Huno momento. Huno Moment, ich seh was. Das siehst du schon wieder. Das... Ja, ja, ja. Komm mal hier. Da unten. Siehst du die kleine... Da entsteht nämlich auch eine kleine Luftblase. Lass mich mal bitte auf dich drauf. Achso, ja. Und komm mal hier nach rechts rüber. Und spring. Ja. Ah, ich seh es gerade. Siehst du die da? Ja, ja. Da ist irgendein Scheißer, das seh ich doch von hier. Das kann gut sein, ja. Lass mich doch nicht verarschen. Ja, super, warte mal. Darfst du überhaupt von unten reinspringen? Entsteht die jetzt nochmal, oder ist die jetzt einfach kaputt? Nee, nee, die kommt schon wieder. Ja, ja, wie soll ich denn da reinspringen? Dass die nicht kaputt geht. Das ist echt ätzend hier. Ja, toll, wo soll ich denn da... Da kriegst du auch gar keinen Momentum jetzt, oder? Nee, du kommst ja... Siehst du, was auch wieder interessant ist? Oben drüber glitzert es nämlich wieder. Ja, das stimmt. Und unten ist jetzt hier so ein Ding. Ja, das könnte sogar ein Hinweis für die Secret-Dinger sein. Ja, das ist immer auf der anderen Seite. Ja, aber dann hätten wir schon wieder das Problem, dass ja nicht beide hinkommen. Ja, ich weiß auch nicht, wie du jetzt schon wieder hier hinkommen sollst. Warte mal, ich muss erst später losspringen irgendwie. Ja, aber wo soll ich denn da hinkommen? Ich werde doch gar nicht hochgeschleudert mit dem kleinen Kumpel. Ja, eben, da ist ja nichts, oder? Irgendwie werde ich gerade schon wieder getrollt hier. Ich sehe das extra und dann... Ja, guck mal, du bist ja gar nicht... Nee, die ist viel zu klein. Willst du da mal rein, wenn du so klein bist? Ich weiß nicht, ob das... Achso, ja. Vielleicht, aber... Vielleicht, ja, lass mal... Vielleicht ist ja sehr... Warte mal, hier glitzert es auch. Schau, und da glitzert es auch. Das kann es eigentlich... Das mit den Glitzern kann es nicht sein. Ah, stimmt. Hm. Ich glaube, das Spiel trollt uns. Ja, glaube ich auch. Das trollt uns. Warte, hier. Ach, hier war es. Hm. Vielleicht, wenn ich... Wenn man von hier vielleicht reinspringt. Also, so ein bisschen werde ich schon getragen von... Ja, ja. Ich glaube nicht, wohin. Ich glaube nicht, wohin. Weil da ist halt nix. Nee. Nee, ich glaube... Also, das existiert jetzt echt nur, um uns zu trollen. Ich glaube auch. Also, das Spiel macht einen ein bisschen bekloppt. Ganz ehrlich. Nee, komm. Ja, gut. Da entstehen auch dauernd welche. Guck mal, das sind ja auch gestimmt. Jetzt sehe ich es erst. Ja, der eine muss oben lang und der andere unten. Geht ja eh nicht. Weil, ähm... Warte mal, komme ich jetzt von hier überhaupt da... Das glaube ich gar nicht. Ja, aber ich muss da ja irgendwie. Ach, nee, musst du nicht. Oder? Ja, scheiße, dann komme ich ja gar nicht mehr hoch. Ja, nee, komm mal mit runter. Ja. Wir können ja raus auf der anderen Seite. Komm mal. Ah, ja. Wir müssen halt nur jetzt rüberspringen, wenn du dieses... Aber diese Kugeln müssen irgendwas zu bedeuten haben, ja, oder? Ah, bleib du mal unten. Ja. Quatsch. So. Du meinst die Große hier? Ah, du meinst die Kleinen unten? Ja, entweder die Großen oder die Kleinen hier unten. Irgendwas stimmt doch hier ganz und gar nicht. Warte mal, ich... Sieh ich doch bis hier. Ich spring jetzt mal auf eine... Ich versuch's zumindest mal. Ja, ich bleib mal hier stehen erstmal. Ach, da ist der Kristall. Da ist eins. Ja, da ist der Kristall. Okay. Den hab ich echt vorher gar nicht gesehen, aber wahrscheinlich, weil wir so unten so niedrig waren. Ja, den... Und hier unten ist aber nichts, oder? Den konnte man gar nicht sehen. Ich weiß es nicht. Okay. Ich glaube, ich brauch dich zu... Komm mal, hier, hier. Wobei, ich weiß es nicht. Das macht ja eigentlich keinen Unterschied hier. Glaube ich. Ja. Nee. Ach, der ist ja auch viel niedriger. Ich dachte, der wäre höher, der Kristall. Versuch du das mal. Kannst der auch. Mit dir jetzt, oder was? Ach, nee, nee. Eigentlich... Boah. Ja, wobei vielleicht, weil das sind ja immer kurz zwei, ne? Mhm. Vielleicht musst du in die obere... Ja, oder in die... Ja, in den unteren Reihen und dann kommt der oben und dann musst du gleich noch höher. Ja. Ja. Oh. Ja, ohne den oben dann kaputt zu machen. Alter, das Spiel ist echt ganz schön hardcore. Ich will ja nichts sagen. Ja, nee, ich wollte dich nicht schubsen. Ja, ja, nee, aber... Ich weiß, nee, aber das kann ja... Okay, spring los. Spring. Nee, nee, nee. Warum springst du nicht einfach mal? Ja, mach du mal. Ich glaube nicht, dass das... Ja, nee, mach du mal. Warte mal. Hä? Ja, du wirst nämlich nicht getragen, ne? Warum wird man nicht von hier nicht getragen? Weil du von oben drauf springst. Ja, dann komm... Dann komm doch mal hier runter. Dann versuchen wir von hier reinzukommen. Wenn ich springe und du springst... Das ist auch schwarze. Ja, so geht's auf jeden Fall nicht. Warte mal, wir müssen erst mal zwei Kugeln entstehen lassen. Ja, da kommt man ja nie und nie und immer hoch. Ach so. Halt von hier. Aber warte mal, dann müssen wir erst mal drüber. Ich hätte dir auch aufhelfen können. Selbst allein drüber. Nö, ich komme auch alleine drüber. Ja, immer diese Emanzipation. Also von hier kommst du dann hin. Warte, lass die erst mal hoch. Ja. Ja, ja. Ja, fast, fast, fast. Das geht noch, ne? So. Na, komm mal. Okay. Seriously. Seriously. Was denn? Seriously. Du bist nicht gesprungen. Du bist nicht gesprungen. Ja, jetzt brauche ich nicht mehr springen. Sag mal, was ist denn jetzt los? Kannst du springen oder was noch? Ja, ich habe doch gedrückt. Ja, das hat man gesehen. Ja, echt jetzt? Mhm. Wieso kann ich jetzt nicht mehr springen von dir weg? Das ist nicht. Okay. Du musst dann auch... Du musst schon auch abwarten, bis ich springe. Ja, dann springst du auch schneller. Sag mal. So. Ja, dann machen wir eh Schluss, würde ich sagen. Ja. Ja, jetzt. Ich warte jetzt, bis du gesprungen bist, mal draußen. Alright. Okay, Hammer. Sehr schön. So. Aber hier, ganz kurz nochmal. Jetzt bei denen hier ist nichts, oder? Bei... Das glaube ich nicht. Nee. Das ist auch wieder nur treu. Scheiße. Warte mal kurz. Äh, hallo? Das kommt keiner. Okay. Achso, jetzt. Nee. Okay. Ja. Nachdem ich dich schon hier... Ah, guck mal die Farbe jetzt. Das ist so geil, wie sich das immer ändert. Ja, ja, ja. Sammeln wir die noch... Obwohl, das bringt eigentlich eh nichts, oder? Das hat sich jetzt zurückändert. Ja, schon. Ja, wir können die schon noch einsammeln. Okay. Hier ist schon wieder... Hier ist doch irgendwas dahinter. Das kannst du mir doch nicht erzählen, oder? Wahrscheinlich. Ich wüsste aber nicht, wo. Ja, wenn dann auf mich drauf, oder? Ja. Haben wir nicht gerade... Wir haben ja gerade irgendwas kaputt geplatzt, glaube ich. Ich habe, glaube ich, irgendwas platzen gehört. Da, hier, jetzt von hier aus nach oben. Ich glaube, da ist irgendeine Luftblase. Ja, da ist auch eine Luftblase. Wieso siehst du die? Doch, die steigt da hoch. Ja, ja, eben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das so... Ja. Schon gar nicht, weil man ja direkt reinspringt. Ja, ja. Warte mal, warte mal. Komm noch mal hoch auf mich. Warte. Man muss nur abwarten. Die eine, die geht ja dann hoch. Oder? Kommen die jetzt überhaupt noch mal hier? Kommen die? Ey, wir werden doch hier echt getreut da. Okay, jetzt kriege ich eine hoch. Hä? Jetzt leckt es gerade bei mir? Warum auch immer? Hm. Ähm. Nee. Spiegel mal. Ja, bin ich eigentlich. Ja, dann platzt es sofort wieder. Ja, aber irgendwas stimmt doch hier die ganze Zeit nicht in den Gummischen Spielen. Ganz ehrlich, irgendwas stimmt doch nicht. Und warum ist die jetzt da drüben geplatzt? Platzen die jetzt von alleine schon immer, oder was? Ich weiß es nicht. Äh, ist leckt gerade voll bei mir. Ja, wir machen jetzt eh Schluss. Okay, ja, dann machen wir. Merke, diese Stelle hier mit rot, äh, und vielen platzenden, äh, Dingern. Ja. Mälin, merke. Kannst du noch mal ganz kurz noch was ausprobieren, bitte? Und zwar, äh. Wir sind über der Zeit. Ja, Entschuldigung, spring noch mal ganz kurz da. Ja, genau. Geh mal ein bisschen nach rechts. Ja, okay. Ich wollte nur wissen, ob du da auch dahinter, so. Alles klar. Dankeschön. Das Einzige, was ich versuchen könnte, wäre von. Nee. Nee. Nee, nee, passt schon. Wow. Was, habe ich denn da zerplatzt? Weiß ich nicht, war das? Jetzt will ich jetzt trotzdem noch mal kurz. Ach, das Rot, den Roten. Den Roten hast du platzt, ja. Ja, aber der bleibt, aha. Achso, so kommt man dann runter, ja, okay, alles klar. Ja, nee. Äh, genug für heute. Ja, ja. Genug für heute. Ich sehe schon nur noch grüne und rote Punkte. Ja, meine lieben Leute, das soll es gewesen sein für heute und für uns auch, für die Nachtschicht quasi in dem Sinne. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Würde uns fragen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin. Ja, diesmal darf sie noch wieder den ganzen letzten Satz sagen, weil sie sich ja beim letzten Mal schon aufgeregt hat. Der wäre so langweilig. Also, ich sage schon mal tschau. Ja, dann hier, was sagst du immer? Ich sage es gerne so langweilig. Vielleicht wollen das deine Zuschauer so langweilig haben. Du Arschgeige. Weil du sagst ja, du hast die besten Zuschauer überhaupt. Ja, habe ich auch. Ja, weil sie langweilig sind. So. Und also. Boah. Ja, weil du langweilig bist. So. Also, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Es würde uns sehr freuen. Und dann. Tschau, tschau. Du kannst mich mal. Dir wünsche ich keinen schönen Tag. So. Liebe Leute. Ihr habt einen schönen Tag. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau, tschau. Na. Klappe. Du sagst nichts mehr jetzt. So. Tschau. 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 Tschau.